Es gibt Neues aus meinem Plattenschrank. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Neues aus meinem Plattenschrank. Und ja, wir legen eigentlich direkt los mit der ersten Scheibe und die sieht so aus. Es handelt sich um das aktuelle neue Album von David Gilmour und das nennt sich Luck and Strange. Sieht so von vorne aus und so von hinten. Hier sehen wir ihn. Hier vorne wahrscheinlich eher in jüngeren Jahren. Ja, grundsätzlich David Gilmour. Bin natürlich Fan, bin auch großer Fan von seinem Self-Titled-Album von, ich glaube, 78. Habe ich auch auf Vinyl eine frühe Pressung. Tolles Album. Dachte ich mir, hey, komm, das ist auch was für dich. Vor allem der erste Track, der zu hören war, war, glaube ich, dieser Luck and Strange und hat mir auch auf Anhieb sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wir haben hier eine, wie nennt sich das Ganze, Exclusive Translucent Sea Blue Vinyl. Und ansonsten kommt das Ganze in einem sehr, sehr vernünftigen Gatefold-Cover. So seidenmatt das Ganze. Mittelschweres, gut, mittelschweres Material. Mehr wünscht man sich eigentlich nicht bei so einem aktuellen neuen Release. Klar gibt es hochwertigere Reissues, die noch ganz dicke Kartons haben, aber das ist schon absolut top. Wie gesagt, schön seidenmatt, also das mag ich wirklich total. So sieht das Ganze von innen aus. Und ich möchte euch natürlich auch noch zeigen, was wir drin haben. Wir haben ein relativ umfangreiches Booklet. Hier also, da ist schon ein bisschen was drin. Ein paar schöne Songtexte drin. Relativ reduziert gemacht. Ein paar schöne Fotos noch. Hier zum Beispiel, also ein schönes Booklet mal zum Durchblättern entdecken. Beim ersten, zweiten Mal durchhören und so weiter. Und auch die Vinyl zeige ich euch. Die sieht so aus. Ja, ist so, ja, Translucent sind aber so ganz leichte Schlieren, Wellen drin. Ich weiß nicht, ob es mal sehen kann. Grundsätzlich eine schöne Vinyl. Leider in diesem Fall in ungefütterten Innenhöhlen. Das, finde ich, passt jetzt nicht ganz zu dem hochwertigen Außencover, zu diesem Package. Und ansonsten, ja, die Pressung war zwar sauber, aber meine hatte leider eine ganz leichte Welligkeit. Ist jetzt noch im grünen Bereich. Ist keine Ausschussware für mich. Aber ja, war da. Ansonsten war die Pressung wirklich gut. War sauber. Kann man nicht meckern. Stereobild ist vernünftig. Eine gewisse Tiefe ist auch da. Klanglich finde ich es, ja, nicht schlecht. Nicht besonders, also ich finde es so durchschnittlich gut klanglich, muss ich sagen. Also kann man vernünftig hören. Ruhigere Parts mit Gitarre sind klanglich toll teilweise. Aber in der großen Masse ist es doch eher so durchschnittlich gut. Das beschreibt es vielleicht am besten. Manchmal fehlt mir hier an manchen Stellen so ein bisschen die Griffigkeit der einzelnen Sachen. In diesem Fall, also muss man nicht immer drüber meckern. In diesem Fall, David Gilmour, hätte ich mir das noch mehr gewünscht. Also, oder habe ich mehr erwartet. Das finde ich ein bisschen schade. Musikalisch muss ich sagen, ja, solide. Aber auch nach dem Track Luck and Strange, den ich absolut toll finde, hatte ich irgendwie mehr erwartet. In diese Richtung, ansonsten ist es doch auch, ja, hört mal rein. Ist natürlich, Musik, Leute, ist wie immer Geschmackssache. Luck and Strange bleibt mein absoluter Hit hier drauf. Das ist, durch dieses Lied wird das Album für mich getragen. Und, ja, ansonsten entscheidet selbst, hört mal rein in die neue Scheibe von David Gilmour. So, und weiter geht's mit der zweiten Scheibe für heute. Und das ist mal wieder was von Johnny Cash. Und das Ganze nennt sich Songwriter. Und in diesem Fall was Besonderes, weil es handelt sich hier nicht um eine Reissue oder sowas. Nein, es handelt sich um neues, unveröffentlichtes Material von Johnny Cash. Und grundsätzlich, so würde ich sagen, im mittleren, fortgeschrittenen Alter hier, das Ganze. Und das eher schon in der Richtung, wo ich Johnny Cash richtig mag. Ihr wisst, ich mag ja auch die ganz alten Sachen oder jungen, je nachdem, wie Romer es sieht, wo er schon etwas betagt war. Die Sachen gefallen mir einfach meistens besser. Und das ist so auf der Grenze dahin. Und das finde ich wirklich auch interessant. Es ist hier so, ich lese das gerade mal nochmal vor. Ja, also es handelt sich hier um Sachen, die 1993 aufgenommen wurden und anscheinend irgendwo rumlagen. Und hier steht es auch, Songwriters unreleased 11 songs have been updated by his son John Carter Cash and his Co-Producer David Ferguson. Also die wurden aufgefrischt, abgedatet von seinem Sohn und dem Co-Producer. Und ja, ich muss sagen, das haben die wirklich toll gemacht. Also ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, hier wurde jetzt irgendwie von ihm was benutzt und auf die falsche Weise irgendwie zu einem Album gemacht. Was man manchmal in der Vergangenheit mal bei dem einen oder anderen das Gefühl hatte. Also überhaupt nicht. Ich finde, das ist wirklich gut gemacht. Das Ganze kommt hier wieder in einem mittelschweren, sehr vernünftigen Fastrichtung, sehr schweren, also mittelschwer bis schweren Gatefold-Cover, so wollte ich sagen. Nicht glänzlich, ist komplett matt, auch wunderbar. Also absolute Top-Qualität, was das Cover angeht. Und so soll es sein. Wir haben hier vorne noch so eine Lithographie drin. Weiß ich nicht, das sind so Beigaben. Braucht man die? Ich nicht, gucke ich mir einmal an. Das ist im Prinzip hier das gleiche Bild und man schiebt es nochmal rein. Könnte man sich jetzt rahmen, aber lohnt sich irgendwie auch nicht. Weiß ich nicht. Ansonsten haben wir auch hier eine Limited Edition, in meinem Fall die Smoke Color Vinyl. Tipp-On-Gatefold-Checket. Aha, steht noch drauf, stimmt. Moment, ja Leute, ist sogar ein Tipp-On-Checket, sehr gut. Kommt hier in diesem Fall in einer gefütterten Hülle zur Vollständigkeit und eine coole Vinyl. Ja, clear, smoky, schwarze Schlieren, schwarzer Qualmrauch. Passt, sieht cool aus, passt auch irgendwie zu Johnny Cash, finde ich, so ein bisschen verrucht. Warum nicht? Also wie gesagt, ich finde das gut, wie die das hier gemacht haben. Es klingt teilweise nach Johnny Cash in diesem Alter mit einem frischen Twist. Aber nicht zu viel, dass man denkt, was haben die denn da gemacht, ne? Nochmal, also so sieht es aus. Ich finde, dass seine Stimme hier drauf auch sehr toll, unheimlich greifbar, roh, präsent. Also darauf kommt es ja auch an, auf seine Stimme hier mehr oder weniger und die ist wirklich schön gelungen für meinen Geschmack. Pressung, sauber, keine Geräusche, ruhig, läuft, sehr zufrieden, auch hier wieder Qualität. Ist räumlich, breit, dynamisch, vielschichtig auch, eine Tiefe da, kurz und knapp, die Platte klingt einfach gut. Meine Meinung, Stimme ist herausragend, so wie es sein soll. Also ich finde, das ist wirklich eine sehr gut gemachte Sache von Anfang bis Ende. Top-Pressung, gefütterte Innenhülle, Gatefold-Cover, Tip-On-Jacket, toll musikalisch umgesetzt, Produktion stimmt. Also für mich ein Tipp, vor allem für Johnny Cash-Fans. Wer es noch nicht kennt, hört unbedingt mal rein. Wir kommen zu einer schicken Jazz-Scheibe, wie ich finde, und die sieht so aus. Es handelt sich dabei um Count Basies Basie Jam. Wir machen mal hier die Hülle ab. Das Ganze hier in einer ganz frischen Reissue Analog Productions Acoustic Sounds. Wirklich wieder vom Feinsten, muss man sagen. Original ist dieses Album von 1975 und kommt hier wie gewohnt von Analog Productions in einem schweren, festen, leicht glänzigen Tip-On-Gatefold-Jacket. So sieht das Ganze von hinten aus. Original hier auf Pablo. Es kommen noch Liner Notes, in dem Fall hier bei Tom Fine. Sieht so aus. Und so innen und hier hinten drauf hat man noch ein paar andere Titel dieser The Pablo Series von diesem Label, die alle so ein bisschen Ähnlichkeit vom Cover her haben. Das Ganze natürlich wie immer all analog, wie wir es von Analog Productions auch kennen. So, dieses Pablo Label ist auch mein erstes. Von Pablo hatte ich bisher noch nichts. Natürlich mit den gewohnten Quality Records Inner Sleeves. Ansonsten muss ich sagen, die Pressung hier absolute Spitzenklasse. Also ist immer schwierig zu sagen inzwischen an der Menge. Man kann sich nicht immer an alles erinnern, aber ich würde fast sagen, das ist die cleanste, planste, sauberste Pressung, die ich jemals hatte. Also das ist wirklich absolut flüstermäßig leise. Spitzenklasse. Mehr geht nicht. Ja, wie gesagt, Count Basie Jazz aus den 70er Jahren. Da drauf noch hier Louis Belzen an den Drums, Ray Brown am Bass, Irving Ashby an der Gitarre, J.J. Johnson an Trombone, Harry Edison Trumpet, Eddie Davis Tenorsex, Sue Sims Tenorsex und natürlich Count Basie am Piano und Organ. Und ihr seht, da ist schon ein bisschen was los. Also das ist nicht irgendwie nur ein Trio oder ein Quartett. Geht schon ein bisschen mehr. Und ja, innen auch cool. Habe ich schon gezeigt eigentlich hier. Hier sieht man so ein bisschen Sessionfotomäßig das Ganze. Und ja, das ist eine spannende Scheibe, auch musikalisch. Das ist plusiger, swingiger, schwungvoller Jazz, so irgendwie. Oft flott, wie gesagt, mit Schwung, Swing. Aber auch mal hier und da ruhig mit einem gewissen Twist. Also jetzt keine so klassische 50er, 60er Jahre Jazz Album, wie man es sich vorstellt, sondern schon ein bisschen was anderes. Tolle Dynamik, schöne Räumlichkeit, beides toll, wenn hier ruhig drauf gespielt wird und dann im Kontrast im gleichen Track nochmal sehr kräftig gespielt wird. Diese Dynamik, diese Unterschiede wirklich fantastisch hier gelungen macht, macht unheimlich Spaß. Klingt frisch, kräftig, toller Bass wirklich, aber auch irgendwie geschmeidig, auch ausgeglichen und das Ganze irgendwie unaufgeregt. Also eine tolle Hörerfahrung, also wirklich, so soll es eigentlich sein, bin ich der Meinung. Klar, es gibt nochmal Scheiben, wo einzelne Sachen sehr rausstechen, wo dann beeindrucken oder so. Aber das muss nicht immer sein. Das Ganze ist hier im Gesamtpaket wirklich klanglich sehr gut gelungen. Das ist eine Sache drauf, weiß ich nicht, ob man das als negativen Punkt aufführen kann, muss. Aber an einigen Stellen ist da so eine Art Murmeln im Hintergrund. Ich vermute mal, das kommt aus der Aufnahmesession, wo dann wirklich, ist ja oft mal so, dass die Musiker hier an ihren Instrumenten manchmal so ein bisschen mit Summen murmeln, so rhythmisch. Das hat man ja hier und da mal gehört und ich glaube, das ist hier auch der Fall. Es ist, man hört es, ist aber schwer zu identifizieren, aber das ist da drin. Es ist eigentlich nicht störend, aber es fällt auf und man überlegt dann, was könnte das sein. Aber ja, also finde ich wirklich, bin ich ganz froh, dass ich das Teil habe. Toll gemacht, absolut das wert. Scheibe Nummer 4 für heute sieht so aus. Und auch hier handelt es sich um einen aktuellen Release. Es handelt sich um Carlos Santana und Maha Vishnu John McLaughlin. Und Carlos Santana, John McLaughlin, finde ich beide mega cool. Ich kannte das gar nicht, bevor ich gesehen habe, dass das jetzt rauskommt hier gerade. Da dachte ich, das ist eigentlich was Geiles. Das ist sicher was für dich. Und ja, ist es, aber es ist auch irgendwie was Spezielles. Das muss man auch definitiv dazu sagen. Ihr seht das ganze Original Master Recording. Wir sind hier Mofi. Wie immer von Mofi gewohnt, auch hier festes Gatefold-Cover. Wunderschön gemacht, so sieht das innen aus. Übrigens hier, dieser Herr hier hinten drauf auch, ist wohl so eine Art spiritueller Heiler, den die beiden damals irgendwie gefeiert haben. Und der hat sie da, keine Ahnung, selig, moralisch irgendwie unterstützt. Und falls gerne Ergänzungen dazu, wer sich da besser damit auskennt. Und das Teil nennt sich Love, Devotion, Surrender. Und auch hier möchte ich mal kurz vorlesen. Love, Devotion, Surrender ist ein Album, das 1973 von den Gitarristen Carlos Santana und John McLaughlin mit der Unterstützung ihrer jeweiligen Bands Santana und The Maha Vishnu Orchestra veröffentlicht wurden. Also eine Kooperation der zwei. Und weiter geht's. Das Album wurde von den leeren Sri Shinmois inspiriert. Das ist wohl der Kollege hier drauf. Und ist als Hommage, Achtung, an John Coltrane gedacht. Okay. Das war mir ja im ersten Moment gar nicht bewusst. Der erste Track zum Beispiel ist nämlich Love Supreme. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe da keine Parallele gezogen. Wenn man es jetzt miteinander direkt nebeneinander vergleicht, vielleicht ja. Aber für mich ist das was völlig anderes. Also jetzt nicht, dass man denkt, das ist hier irgendwie eins zu eins von den zwei. Eine Love Supreme Cover wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. Musikalisch, wie von den zwei zu erwarten, Jazz, Fusion, Latin, Santana-Style halt auch. Ganz klar. Einige so experimentelle Gitarrenteile drauf. Fusion-mäßig à la Santana, wie man es halt so kennt. Aber auch nochmal Tracks, wo eher so dieser Latin-Einfluss von John McLaughlin, wie man es von ihm so ein bisschen kennt, drauf ist. Das ist eigentlich eine gute Mischung. Das Ganze jetzt aber weniger für meinen Geschmack so eingängig zum irgendwie gemütlich Hören, sondern eher teilweise schon herausfordernd musikalisch. Aber jetzt nicht zu extrem, aber man muss schon aufmerksam zuhören. Könnte den einen oder anderen im Hintergrund nerven, kann ich mir vorstellen. Also eine Platte zum Bewusst-Hören definitiv und für Fans auf jeden Fall. Klanglich, nichts zu meckern. Differenziert, kräftig, klar, Stereo, Tiefe, Gitarren, teilweise absolute Spitzenklasse. Das Ganze hier, wie gewohnt, von Krieg Wunderlich, das Mastering von Mofi. Und ich finde, klanglich ist das wieder ein gelungenes Teil. Kann man nichts sagen. Und wie gesagt, das gehört in die Kategorie besonders. Definitiv, mit Sicherheit nichts für jeden, Leute, ganz klar. Aber hört mal rein in Love Devotion Surrender. Also auch die Pressung übrigens sauber. Null Probleme. So und die für heute vorletzte Platte, die fünfte, die zeige ich euch mal. Die sieht so aus. Und das ist auch mal wieder was ganz anderes. Es handelt sich dabei um der Assistent. So sieht das aus. Kommt in einem, ja, dünnen bis mittelschweren, ansonsten schön gemachten, so glossy, ganz normalen Cover. Ist dünn bis mittelschwer, aber trotzdem recht stabil. Kann man machen. Bei der Assistent handelt es sich um einen deutschen Künstler aus Berlin. Was ist das musikalisch? Ja, ist schwer zu beschreiben. Ich würde gechillter Sound mit coolen Beats und doch teilweise im positiven Sinn gesagt verrückten Texten. Gehört man vielleicht auch schon so ein bisschen am Titel des Albums. Amnesie am Amazonas. Ist so ein bisschen, ja, teilweise auch lustig, finde ich das. Hat aber trotzdem dann auch Tiefgang. Muss man so ein bisschen dahinter steigen. Aber fand ich musikalisch eine ganz interessante Sache. Hat mich irgendwie auf die ersten paar Sekunden digital vorhören direkt angesprochen, irgendwie musikalisch. Diese Kombination dieses Sounds, musikalisch, ihr müsst reinhören. Und seinem Gesang hier auf Deutsch, was für mich auch relativ selten ist, holt mich irgendwie voll ab. Das ist speziell und für mich gibt es das nicht so oft auf diese Art und Weise. Ich möchte euch auch noch zeigen, was da dabei ist. Grundsätzlich das Vinyl. Wir haben hier ein ganz normales schwarzes Vinyl. Sieht so aus. Das kommt hier in der gefütterten Innenhülle. Aber es war auch nochmal eine normale Innenhülle dabei. Eine bedruckte Innenhülle. Sieht so aus. Irgendwie auch eine lustige Kombination. Könnte man jetzt auch eine Innenhülle hier reinmachen. Gibt es ja auch welche, die passen. Aber okay. Pressung, sauber. Nichts zu meckern, muss ich sagen. Klanglich, eigentlich auch nicht. Habe ich hier viel erwartet? Nee, auf keinen Fall. Muss ich auch nochmal dazu sagen. Das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Wenn man jetzt irgendwie bei manchen Sachen eine sehr hohe klangliche Erwartung hat, wegen dem Label oder dem Künstler oder so. Da ist man vielleicht ein bisschen empfindlicher oder strenger, was den Klang angeht. Wie vielleicht was in diesem Fall, wo man eigentlich nicht viel erwartet. Denn dann ist man vielleicht eher überrascht. Und so ist es eigentlich in diesem Fall gewesen. Kräftiger, klarer Sound. Details sind da. Hat eine gewisse Dynamik. Auch stereomäßig passiert was. Ist wirklich klanglich einen Ticken besser, als ich es erwartet hätte. Von daher sehr zufrieden. Hier nörgeln auf hohem Niveau. Vielleicht können das ein oder andere ein bisschen mehr Platz, Luft, Freistellung so zueinander vertragen. Aber das ist, wie gesagt, nörgeln auf hohem Niveau. Das ist ja keine audiophile Scheibe hier. Das ist wirklich sehr gut zu hören und musikalisch sehr, sehr interessant. Also ein Tipp von mir aktuell. Hört auch da mal rein. So, normalerweise haben wir immer nur fünf Scheiben. Und heute gibt es eine Bonusscheibe. Eine sechste Platte, die mir aber sehr am Herzen liegt. Mir wichtig ist. Es handelt sich um das neue Album von Sebastian Gala. Und warum ist mir das wichtig? Sebastian und ich stehen in Kontakt. Wir hatten auch schon mal einen Live-Talk zusammen. Auf meinem YouTube-Kanal findet ihr den Talk zusammen mit dem Sebastian. Dann ging es damals um sein Jazz-Album Two Moons. Für mich eines der besten deutschen Jazz-Alben aus den letzten Jahren. Nach wie vor finde ich immer noch extra klasse. Er jetzt am Start mit seinem neuen Album Electric Stories. Und musikalisch geht ihr hier in eine etwas andere Richtung. Denn das ist jetzt kein, nenne ich es mal wie diese Two Moons damals, so klassischer Jazz. So nenne ich es halt einfach. Sondern es handelt sich hier um frischen, funky, groovischen Jazz. Funky, groovy Jazz. So kann man es sagen. Vielleicht ein bisschen Electric Stories verrät schon so ein bisschen. Er ist nämlich hier nicht am analogen Piano unterwegs, sondern hier an, was steht denn hier drauf? Fender, Rhodes, Wurlitzer, 200A, Hammond, B3, Moog, Sub37, Dave Smith, Prophet, Rev2, Horner, String, Melody 2 und Kork, Kronis. Leute, krass. Also da kam schon einiges zum Einsatz. Hat sich hier aber noch Unterstützung geholt durch Andy Hunter, Martin Feske, Nico Brandenburg, Niklas Schneider und Dennis Gäbel. Das Ganze kommt hier auf Jazz Kitchen Records in einem vernünftigen, mittelschweren Gatefold-Cover. So sieht das innen aus. Der Sebastian hat mir hier auch das Ganze noch signiert. Übrigens Sebastian, also nicht schlecht das Cover hier so, aber ich hätte vielleicht das cooler gefunden. Einfach das vorne, ohne Schrift, ohne alles. Einfach du so mit diesem Elektro-Piano hier, finde ich irgendwie sehr, sehr ansprechend, aber egal. So, auch hier, Pressung, sauber, gibt es nichts zu meckern. Gefütterte Innenhülle, sehr gut Sebastian, so soll das sein. Ich zeige euch das sehr schön. Wiederum finde ich dieses Artwork auf dem Label. Sieht schön aus mit den Farben hier auf dem Label. Schöner Kontrast zum schwarzen Vinyl. Ist auch noch ein Inlay mit drin. Einseitig, also ein Papier zweiseitig bedruckt. Sieht man auch so ein bisschen Session-Fotos, finde ich immer gut. Session-Fotos, das wisst ihr ja. Sehr schön sind die. So, also wie gesagt, der Sound da drauf, der ist groovy, jazzy. Aber auch hier und da mal smooth und eingängig. Diese jazzischen, groovischen, funkischen Sachen sind auch oft so ein bisschen, experimentell wäre zu viel gesagt. Die fanken halt so ein bisschen. Vieles darauf, habe ich auch dem Sebastian gesagt, kann ich mir sehr gut live vorstellen irgendwie. Also, ich komme da beim Hören sowieso ins Nicken, aber ich weiß nicht warum. Bei vieler dieser Tracks sehe ich mich irgendwie in so einem Jazz-Café, wo die auftreten, wo gute Stimmung ist, wo was getrunken wird. Keine Ahnung, damit verbinde ich das irgendwie. Diese Art von Sound hier drauf. Hat eine gute Breite, die Darstellung. Eine Tiefe ist da. Ist auch kräftig, ja definitiv. Ist aber allgemein eher geschmeidig abgestimmt. Jetzt nicht so herausstechend, ja, wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, sondern eher so ein bisschen geschmeidiger abgestimmt. Und ist dadurch vielleicht jetzt nicht direkt eine Platte, eine der ersten Platten, die man ziehen würde, um die Anlage vorzuführen. Aber eine Platte mit einem guten Höherlebnis. Im positiven Sinne so, ja. Also wie gesagt, eher geschmeidig abgemischt. Auch sehr ausgeglichen, ist aber trotzdem differenziert und so weiter. Ist schon da. Also geht eher so geschmeidig rein. Ich kann es nicht anders beschreiben. Was aber auch, finde ich, zu der Art von Musik wiederum sehr gut passt. Mein absoluter Lieblingstrack zum aktuellen Zeitpunkt nach paar Mal durch hören auf Seite 1, der dritte Track Fingersnap. Da ist irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, mit was der Sebastian diesen Sound macht. So, wik, 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 wik. Ich kann das nicht nachmachen. Das ist irgendwie ungewöhnlich. Das hört man auch nicht so oft. Ist hier irgendwie cool drauf gelungen. Ja, auch diese Platte, genau wie damals Two Moons. Wieder eine Empfehlung von dem Sebastian Gala. Auch wenn es eine komplett andere Richtung ist. Natürlich Geschmackssache. Müsst ihr reinhören, ob das in dieser Art von Jazz was für euch ist. Und nochmal ein Shoutout und auch nochmal Danke an den Sebastian. Er hat mir hier auch eine Testpressung zukommen lassen. Und diese könnt ihr auch kaufen bei ihm im Shop. Ich verlinke das auch gerne unten nochmal in der Videobeschreibung, wie ihr da rankommt. Die sieht dann so aus. Da hat er von Hand noch ein bisschen was draufgeschrieben. So eine Testpressung zu haben, ist auch nochmal was Besonderes, finde ich. Und ich bin auch stolz, jetzt eine davon zu haben. Das ist richtig cool. Und ja, schaut euch das Ganze mal an. Es würde mich mal interessieren. Schreibt doch gerne mal runter in die Kommentare. Was ist denn aktuell bei euch? Gibt es irgendwie vielleicht eine besondere Platte, die in den letzten Wochen bei euch gelandet ist, die ihr unbedingt empfehlen würdet? Also schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ihr wisst, ich bin auch immer auf der Suche nach coolen Tipps, die vielleicht nicht so jeder auf dem Schirm hat. Ansonsten schaut gerne noch ein paar alte Videos von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann.